Auch hier bin ich für euch unterwegs von URnet, diesmal von dem ganz berühmten Basketballplatz, wo unter anderem Wesley Snipes mit White Man Can't Jump gedreht hat und der super erfolgreich auch lief. Ja, ich bin hier, um euch einfach so ein kleines LA-Feeling zu geben, Motivation mit auf den Weg zu geben für die tolle URnet-Convention in Hamburg, wo ich als Moderator gebucht bin und wo ich mich persönlich super drüber freue, weil ich da zum Thema Internet, wie lange darf man im Netz sein, ist Internet gut, ist Internet schlecht, wen gehört das Internet, viele, viele Fragen werden beantwortet von Top-Referenten und Speakern. Aber nicht nur das ist ein Thema, ich komme sogar im Mai zu euch vorbei. Entweder du bist eine Schulklasse, du bist eine Universität, du bist ein Verein, egal wer, Hauptsache ihr seid eine große Truppe, postet hier bei Facebook irgendwas Lustiges, irgendwas Motivierendes, irgendwas für Spaß mal, wir werten das aus und dann besuche ich euch mit Lifestyler TV und dafür ein bisschen Glück, bei der Convention URnet mit dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.